Einmal Fan, immer Fan! Türkei! 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 Hi Leute, ich bin hier gerade beim Österreich-Match gegen die Türkei. Freundschaftsspielen. Wir fragen die Leute heute hier, wer lauter ist, ob die Österreich-Fans oder die Türkei-Fans lauter sind, wer ihr Favorit bei der EM sein wird und wie das Spiel hier ausgehen wird. Für wen bist du heute? Österreich. Offensichtlich die Türkei. Türkei. Beides, also ich bin neutral. Österreich, ganz klar. Ich glaube, das ist schon eindeutig, oder? Österreich, ganz klar. Bei der EM, wen wirst du da supporten im Sommer? Ist die nächste Teppertaverruck, Österreich! Portugal. Frankreich. Spanien, weil sie einfach geil spielen, finde ich. Wer wird heute lauter sein? Die Türkei-Fans oder die Österreich-Fans? Natürlich Türkei! Türkei! Wir singen Rot-Weiß Österreich. Sie- Türkei! Türkei! Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Österreich. Türkei! Wer denkt ihr wird die EM 2024 gewinnen? Schreibt's in die Kommentare!